Was gibt's denn hier? Ich dachte, das ist Knüffel. Ich dachte auch, das ist Knüffel. Wo ist denn Knüffel? Ich will das nicht nochmal machen, das ist scheiße. So eine behinderte Kacke. Aber das hab ich damals nicht gespielt. Vielleicht gibt's ja gar keinen Knüffel mehr. Echt jetzt? Ich geh nochmal kurz gucken hier. Da ist noch Wirrgarten. Ich weiß ja nicht, ob's noch mehr hier gibt irgendwann. Stimmt, aber hier ist kein Knüffel. Guck mal, Zwillingen. Das klingt nach... Damals gab's ja Memory nicht oder so, ne? Das eine ist Memory. Doch, Memory gab's glaube ich auch. Das eine ist hier mit irgendwie diesen Blöcken anordnen und dann ist noch Wirrgarten. Wirrgarten sagt mir, doch Wirrgarten war richtig kacke. Will ich nicht rein da, echt. Ich auch nicht. Nö, Knüffel. Nö, Knüffel gibt's wohl auch nicht. Entweder nicht mehr oder grad nicht. Weiß ich nicht. Wo wollen wir hin? Äh, willst du nochmal mit... Guck mal, weil die, die... diese Schafe, die halten ja diese... diese... Ja, aber da gibt's ja grad nix. Ich glaube, da ist der Knüffel. Ich bin doch hier. Wo bist du? Ja, immer noch da. Echt? Hier, Knüffel! Da musst du... Hier, guck! Komm wieder zurück! Ich bin da? Oben sind... Oben rechts... Äh, oben... sind diese Würfel. Du musst die Würfel anklicken. Dass du das Knüffelwürfel spielen willst. 45, oh wow. Warte, warte, warte. Die eine muss erst weg da. Ja. Hallo Daphne, auch Freu! Hallo Tern, Freu! Ohoho! Ohoho! Oha! Oh Gott! Da ist den Menschen, ey! Da willst du mit dem Flammenwerfer rüber! Echt! So, verschwinden die jetzt mal da? Keinen Bock auf die! Jetzt schnell! Eins, zwei, drei! Wuff! Ey, schlimm oder? da ist eine mit da macht eine mit die regeln von knüffeln vergessen ja die macht mit prinzessin ich hab geschrieben dass die kranz was 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 ach so die muss würfeln ich weiß gar nicht mehr wie das geht und was mit straßen und so ne ja straße ist 23 was ist das es läuft nach zeit hallo zeit läuft ja ich weiß nicht wo ich ja kommt ja nichts mehr raus hier wo ist die chance hier wo ist die chance ganz unten ich klicke darauf ich klicke darauf da passiert nichts so 16 muss auf die zahl klicken sagt das auch ja ich war ja auch so got ja 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 Kacke, was soll denn dabei rauskommen? Noo, nüks, noo! Ah, fuck you! Guck mal, ich hab mehr als hier! Guck mal, ich hab mehr als hier! Hm! Guck mal, ich hab mehr als hier! 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 Guck mal, ich hab höhlo! Egal,玄geal! Das lief so gut am Anfang! Guck mal, zull! ich glaube auch du ich mag ein 3er Pasch, hättest du auch ein 3er Pasch nehmen können ja auch ein 3er natürlich ich brauch ein 4er Pasch nehm ich 3er eine 3er nur Dreckzau ah fuck you ich kann nichts mehr nehmen fuck you bitch ich hab schon 3 ich brauch den Stand oh maaaannn 10, 9, 8 guck mal was, was schreit sie sieh zu phantastik ich versuch nochmal mit nem 4er Pasch wow whoah fiiine wie ein boff hab ich die fast überholt ist so ein zufall ne Was sagst du, du blöde Bitch? Ja, das bin ich. Die. Ich hab die Gänse gemacht. Achso, ja, du bist... Aber dein Name ist ja irgendwie komisch. Nee, ist kein Problem. Nehm ich dir die übel, blöde Bitch. Ja, was ist das für ein... Siehst du so... Dafür muss ich jetzt... Bluten. Bluten. So bin ich jetzt auch mal. Jetzt macht er deine 5 Punkte und... Was hab ich noch? Äh, 4er Pasch, genau. 4er Pasch aus 1 sein, warum nicht? Warum nicht? Oder ein 4er Pasch aus... Bleib mich im Arsch. Ich weiß nicht, wir sind... Minimum 5er hier. Oh, kacke. Fast geschafft. Aus den 4ern. Ah. Uuuuh. Weißt du, ihr wollt auch einen Super Pasch machen, aber nicht mit mir. Nicht während meiner Schicht. Ja. Gib mir eine 6. Alter, kann ich gröbeln. Gib ab hier, so. 4er Pasch. Was ist denn das hier, Alter? Ne, jetzt mal im Ernst. Das sieht aus wie Gülle und Stulle. Alter. Ohohohoho. Der hat 10 oder was? Mann, ich war doch vor euch wieder. Keine 4. Keine 4. Oh, ich wollte verkackt schreiben. Egal. Oh Mann ey, was sind das für Nazis hier. Das sind die gute Laune, Harmonie für immer Nazis. Und sie denkt wahrscheinlich, du hast verflucht oder so geschrieben. Perfekt. Perfekt. Egal. Äh, was ist das denn? Du hast doch 4er, ja. Wieso hast du einen 3er genommen? Hättest du 4er nehmen können. Äh, ich hatte den schon mit 0 besetzt. So, ich versuche jetzt mal einen 4er mit 4. Ich bin fertig. Oh, ich wollte jetzt schreiben, was ist das für eine verkackte Zensur hier. Ja, nein. Ne, warte. Sie macht nicht mehr, wir machen. Ja. Yeah. Ja. Ich glaube, die mochte die. Würfel, Würfel. Oh, ich bin drin. Gott wirft. Machen wir mal, wenn wir so hier, den hier. Nope. Ja, warum nicht? Nehm ich einen 5er oder einen 4er Pasch? Ich mach gleich mal die Paschkacke fertig hier. Ne? Richtig. Richtig. Oh, fuck. Roll it. Oh, fuck. 3, 2, 3, 5, 6. Hä. So, hier. 1. Scheiße, was mach ich damit? 3, 2, 3. Weiß ich doch selber. Danke. Ja, 3er Pasch hier kommen in die 2er Becke. Entsorgung. Wieso hast du nicht? Nervt nicht! Habe ich mich nicht wohl verzählt? Ach so. Passiert. Scheiß Leben. Kommt vorne. Ah! One more time. Ich brauche noch eine Straße ey. Komm. Viererparsch. Aber was habe ich denn gemacht? Bin ich dumm? Bin ich dumm? Bin ich dumm? Zeit läuft. Der King ist dran. Was wollen wir noch? Full House oder eine Straße? Kann ich eine Straße hier hin? Ich probier's. Kacke was soll ich denn jetzt nehmen? Ey ich will... Ich komm mit mir eins auf Schuss hoch. Schau mir nicht. Jetzt aber... Wow. BAM 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 BAM! BAM BAM BAM! In your face! BAM! BAM BAM! BAM BAM! BAM BAM BAM! O Gott! Nein! Ah, shit. Du weißt ja auch, mal verlierst du, mal gewinn dich. kleine große straße sind fünf oder wie oder vier das ist das sind alle 5 müssen in der reihe sein 235 oder irritiert mich also 1 2 3 4 5 sozusagen oder 6 5 4 3 2 kleine straße ist sind hier und große straße sind ja jetzt hast du mich das war mein plan ja doch es ist ja passiert war ja mit absicht er nicht mit die straße machen ich hasse dein leben was nehme ich denn jetzt weg wenn ich die vier was für eine 2 denn der deal weil die da landet die landet ja hintereinander landen die die müssen hintereinander die landet aber nicht hintereinander dann mein gott das ist doch egal aber du hast die zwei in den becher genommen ich höre jetzt gar nicht zu weil ich nicht zuhören kann so will dir verkackt es hat einen guten lauf so anstrengend mit dir ja oh die sind doch wichser oh hör mich auch mit dem oh was brauche ich hab ich nicht oh so wie ich es gesagt habe ich hasse das wenn du schummelst warum machst du das ich hab mich nicht geschmeckt du denkst nicht nach du hast ja schon fast ne ganze neustart und zu speichern jo weiter geht's und du schmeißt die teile wieder in den weicher bestellen ja guck mal da hast du fast keine straße zu machen hm verkackt eieieieiei da war wohl nix hm ich höre dir gar nicht zu was wir schummeln kann ich auch gar kein problem ich höre dir gar nicht zu voll raus und 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 oh 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 gott 2 2 3 2 2 Wörter 2 2 äh, zur Strafe. Na, was haben wir denn hier? Auch nicht. Brauch ich nicht, ich hab ja schon. Kacke, ich weiß ja nicht, was ich nehmen soll. Machen wir es so. Guck mal, ein vor dir, ein vor dir. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Tja, das war's wohl, ne? Ah, die Backen, ne? Wow. Naja, Chance 24, immerhin. Ja, ja. Guck dich an, wo du stehst, guck, guck, wo du stehst. Ich dachte ja. Gekackt! Zwei, eins, zwei. Hallo, lass mich mal selber. Fuck. Ich bin immer noch vor dir. Zeit läuft, Zeit läuft! Ich weiß. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, fuck. Oh, fuck. Then am Abend beherrscht Ich brauch überhaupt rein, was das verdammt ist Ich bin- hmm kacke alter leckt mich doch oh geht doch ja, ist scheiße, trotz allem oh mist, die habe ich doch schon hm 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 ja full house, ach hast du ja auch schon das ist natürlich blöd hast du viel rabasch? ich habe es versucht ich habe es versucht ich habe es versucht ah scheiße er geht bestimmt nicht mit diesem teil die man geht denn an der falschen stelle ich habe es versucht 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 Du Dreck-Sau! Du Dreck-Sau! Scheiße! Verloren, ne? Ja, hab ich einmal verloren So, ne, wir sind fertig hier Wuhuuu Alles klar, so, wir sind jetzt mal fertig hier Mein Gehirn, wir brauchen eine Abkühlung Ey weißt du, der War Thunder ist weniger anstrengend als der Scheiße hier Ja, keine Ahnung, ob wir sind mal zocken Jetzt haben wir uns ja erstmal fertig hier Danke fürs Zuschauen Viel Spaß noch beim Zocken Spürt ein bisschen Alamandi hier Oder Alam-Halam-Ram, oder wie auch immer das heißt hier Alamandi Keiner Bösefeuer Alles klar So, wir sagen Tschüss 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 Ciao, ciao Woah Das war's für heute.